Ich bin Jahrgang 1979, deshalb habe ich vor allen Dingen Kindheitserinnerungen an unsere Verwandtschaft aus der ehemaligen DDR, die nicht so frei entscheiden konnten, wann sie uns besuchen und bei denen auch die Jüngeren nicht zu Familienfesten kommen konnten. Das war nach dem 3. Oktober 1990 dann anders. Dann war auch die Familie wieder vereint mit großer Freiheit und daran, glaube ich, sollte unser Land sich erinnern, dass Menschen die Mauer von innen umgeworfen haben, um wieder frei und ohne Grenzen in unserem Land zu leben.